Die Tage ziehen vorüber, wie Perlen auf einer Stur. Man kann's nicht immer hören, doch unablässig tickt die Uhr. Alle die, die mal waren und alle die, die noch sind, die kennen die Gefahr und wissen, wie die Zeit verwindet. Manchmal ertropft etwas Blut durch den Verband, dann lächelt sie dich an, wie Knarre in deinem Schall. Siehst du dort im Nebel, gleich hinterm Horizont, die Gestalten, die wir winkeln, im Abendrot. Manchmal ertropft etwas Blut durch den Verband, dann lächelt sie dich an, wie Knarre in deinem Schrank. Wir machen immer weiter, bis zum letzten Atemzug. Die Tage ziehen vorüber, wie Perlen auf einer Stur. Man kann's nicht immer hören, doch unablässig tickt die Uhr. Am 26.11. in der Perlen.